Musik Karamba, wir kommen diesem Teufel von El Diablo immer näher. Ich kann seine Gegenwart förmlich spüren. Wir sind ganz dicht dran. Also das Einzige, was ich spüre, ist der eiskalte Wind in diesem gottverlassenen Tal. Was machen wir jetzt? Bevor wir den Kampf mit diesem Schwein aufnehmen, sollten wir zuerst versuchen, Kate zu befreien. Und? Wenn wir Kate gefunden haben? Dann wird es Zeit, zur Hölle zu fahren und dem Teufel selbst gegenüber zu treten. Halleluja! Und damit, hey ho, und let's go! Mit Desperados, Wanted, Dead or Alive. Und hier geht auch schon mal die Party ab. Ja, das ging schnell. Das ging schnell. Gut, dass ich gespeichert habe. Zieh dich erstmal zurück, Kate. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir können zum allerersten Mal sechs Charaktere gleichzeitig steuern. Das ist ja der Hammer. Kate hat sich selbst befreit. Und damit haben wir schon etwas Kontrolle mehr. Dann schauen wir mal. Wir kommen vor allem immer näher. Sieht ja schon sehr rötlich hier aus. Oh, sehr dramatisch auch hier. Ja, da geht es langsam zum Teufel selbst. Gut, aber vorher. Gut, ganz offiziell. Kate retten, oder? Bringen sie das Team wieder zusammen und betreten sie gemeinsam El Diabolos. Versteckt durch den Höhleneingang am Flusse des Berges. Am Fusse des Berges. Okay. Also, alle zusammen einfach da hingehen. Sehr schön. Und ihr drei wart hier, sehe ich. Genau. Und ihr zwei habt euch da breit gemacht. Ah ja. Was ist denn hier noch? Was ist denn das hier? Hä? Was ist denn das hier? Okay, ihr könnt irgendwie da hin. Das wollte ich wissen. Anscheinend gibt es noch einen Weg hoch. Ich sehe ihn nur nicht. Okay, okay, okay. So, die Frage ist, wo fangen wir jetzt an? Das ist natürlich auch interessant. Es kamen zwar schon öfters vor, dass die Charaktere getrennt voneinander waren. Aber normalerweise konnte ich sie nicht alle gleichzeitig steuern. Jetzt schon. Die Mission ist ja relativ simpel gehalten. Mach alle tot und gehe da durch. Aber ich muss noch Ding checken. Die, die, die. Die Items. Ich nehme mal eins. Eines dieser Steine ist das einsammelbare. Ding oder das hier? Nee. Ich denke einer der Stein. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder? Okay. Warum? Wieso? Weshalb? Interessant. Das sind aber alles diese Stärkeren, gell? Hier. Das meiste. Nee, nicht alle. Nee, nee. Nee, nee. Nicht alle. Aber die scheinen immer stärker zu sein. Okay. Ich habe eh nur nichts gemacht. Na dann mal los. Gut. Kate kann nicht so viel machen hier. Alleine ist sie halt aufgeschmissen. Was ist denn mit dem da? Gut. Wahrscheinlich zwingt mich das Spiel mal hin und her jetzt zu arbeiten. Weil aus irgendeinem Grund. Die früher arbeiten. Oder ich stand irgendwie da und der wurde gelblicher. Das kann auch sein. Äh. Ja. Tschüss mir mal. Oh. Ja, hat nicht so gut funktioniert. So, das kannst du auch abspeichern. Damit ich das nicht mehr machen muss. So, was habe ich denn für Items? Zwei Dynamite. Sehr gut. Zwei Fläschchen. Du hast hier nur Spielkarten. Zwei davon. Zwei Steine. Oh, vier sogar. Sehr gut. Sechs. Und der Affe. Okay. Und nun? Der Plan ist nix. Der Plan ist nix. Ist halt alles knifflig hier. Hier habe ich halt drei Charaktere. Deren Hilfe wäre natürlich auch praktisch. Ich überlege noch gerade. Das macht Spaß. Ah, hier rum kann ich einfach. Check erst mal das Haus, bitte. Kinder spielen. Oh, da sieht mich, gell? Oh, Windows-Taste. Angekommen. Ja, da sieht mich. Schön. Daneben, daneben. Bitte kommen wir aber rein. Nicht nur den Wecken. Warum liegst du hier? Okay, direkt getroffen. Hä? Okay. Also auch wenn ich vom Eint bin, sie müssen trotzdem alle ihre Stärken nutzen. Oh, hat er mich nicht gesehen? Oh, ist ein bisschen sehr nah. Schön langsam. Hallo? Hombre. Oh, jetzt übermerkt er mich. 800 Mal laufe ich an dem vorbei und der bemerkt mich dann, weißt du? So, und jetzt komm bitte rein. Ja, ja, los, los. Oh, toll. Okay, ich dachte, ich kann so auch Schaden machen. Auch wenn das nicht beabsichtigt war. Die wollen nicht reinkommen. Komm schon, komm schon, komm schon. Was sehen wir, was passiert? Keine schlechte Alarm, gell? Alle sind ruhig. Wo hielt er? Nein! Nein! Ah. Das kommt ja auch noch hinzu. Okay, geht alle da rein. Daneben, daneben. Ja, anscheinend. Nicht so begeistert sind die Leute. Okay, diesmal habe ich sie reingebracht. Warte, 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 ich könnte ja hier den Trick nutzen wieder. Warte, 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 warte. Das könnte funktionieren. Die Situation hatten wir ja schon mal. Warum willst du eigentlich nicht reingehen direkt? Das war einfach. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Warte, 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 warte. Hey du, auf dich. Warte, 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 warte. Wie kann denn so warm sein? Oh Mann. Hallo, hier ist ja noch ein Leiter. Habe ich vergessen. Aber es läuft. Okay, aber das war nicht geplant. Aber es ist ganz gut. Dann räume ich hiermit ja schon mal auf. Guck, guck. Jetzt kann ich hier rumballern. Das war's. Sonst sind alle ruhig, ja. Sonst sind alle ruhig. Ach, der hat die Leichen gesehen, okay. Okay, okay. Hier ist ein schöner Bereich jetzt für mich. Wen habe ich hier noch? Ihn und sie. Gut, jetzt glotzt er mich natürlich gezielt an. Das Problem ist, er trifft wahrscheinlich niemanden, weil hier niemand ist, gell? Naja, macht nicht großartig Chaos. Na gut, schade. Aber zumindest ist er so weg. So, du bleibst da. Du tötest ihn. Du kannst ihn direkt transportieren dann. Wobei, muss ich transportieren? Ah, komm, warum nicht hier hin? Okay. Dann habe ich hier schon mal ein bisschen sicheres Feld. Oh, ganz schön viele Pferde haben die. So, Kate ist weiterhin in Sicherheit. So, mit ihr kann ich nichts machen, habe ich gesagt, gell? Ja, das wäre ein bisschen dramatisch. Schade. Das ist eine gut bewachte Festung, auf jeden Fall. Wo sind hier überhaupt alles Wege? Darüber kann ich ja nicht, gell? Ich hatte eigentlich einen Wunsch, die zu verbinden miteinander. So ein Item ist hier eigentlich. Ah, da ist ein Stein. Hol den Tier. So, dann ist das erledigt. So. Aber ich kann sie nicht miteinander kombinieren. Das ist halt schade. Wenn, dann müsste ich hier außen herum. Das dauert also noch eine Weile. Gut, was mache ich mit euch? Was mache ich mit euch? Nicht das, was ich mir gewünscht habe. Nicht das, was ich mir gewünscht habe. Na, mal sehen. Liegt er hier so faul rum? Der sieht den auch. Das hören aber zu viele. Ja, das hören viel zu viele. Okay, schießen darf ich da oben nicht. Äh, da unten. Das versaut alles. Kann ich das hier machen? Warum treffe ich nicht? Na, mal sehen. Wird ich gesehen? Ja. Dann wollen wir mal. Sprich jetzt los. Okay. Ich kann ihn aber nicht erledigen. Auf geht's. Hm. Und eine laute Schießerei, wie gesagt, bringt mich hier ein paar Schwierigkeiten. Schwierigkeiten. So, Kate. Geh ich mal kurz zu dir rüber. Mal sehen, ob das überhaupt bei denen klappt. Kommst du her? Schade, er kommt nicht her. Na dann mal los. Shit. Shit. Legst du dich jetzt auf? Wer da? Okay. Bringt das, was ich vorher rausrenne? So, also nochmal. Genau, jetzt ziehe ich mich zurück. Nee, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Okay. Also, okay. Das ist relativ gefesselt. Die kann ich nicht mehr nutzen. Und diese Menschen hier. Ja, ich könnte theoretisch natürlich Schlafgas nutzen. Aber wenn ich richtig gesehen habe, ist das das einzige, das ich habe. Ah, nee, doch. Da ist noch was. Und da ist die NT. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Ich habe mich zu Ende umgesehen, gell? Was ist hier? Irgendwas für Dock, gell? Das ist eine Munition. So, ich muss mal das hier aktivieren. Danke. Äh. Ja, ist halt knifflig hier. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier machen will eigentlich. Vielleicht nur zum Snipern ist der Platz. Kleinigkeit. Oh, sie hat mich gehört. Ja, die hat mich aber gehört. Auf geht's. Stopp. Und direkt getötet. Angekommen. Gut, aber schießen darf ich eh nicht, also. Kann ich vorbei schleichen, oder ist das auch unmöglich? Oh. Oh. Okay, ich probiere es einmal. Das dauert jetzt noch weiter. Die kann ich so ausschalten. Will ich aber auch das. Was ist mit euch? Könnt ihr nicht weitermachen? Also, ich müsste mich hier weiterarbeiten. Ne, die bemerke ich immer. Okay. Dann ist das kniffliger als gedacht. Die sehen halt alles hier durch. Denn dann müsste ich das perfekt haben. Ja, toll. Also, mehr konntet ihr nicht aufbauen. Wisst ihr? Hm. Bäre nix gefallen gut und so, hm? Mh, vielleicht eher dich. Jetzt aber rasch. Oh, alles schlimm. Und hier mich zu bewegen, bringt mir gar nix, gell? Boah, hier pennt einer. Bringt mir das irgendetwas? Irgendeinen Vorteil? Selbst wenn ich sie mit dem Giftpfeil treffe und abhauen kann. Ja. Er löst halt nix aus. Oder vielleicht doch. Ah, Leone habe ich ja auch noch. Stimmt, ganz vergessen. Ich fürchte mich nicht. Ich fürchte mich nicht. Können Sie mich eigentlich jetzt durchsehen? Ja, zum Teil. Ja, schwierig. Ach, da schießt er ein paar. Naja, schießt er ein dummer rum, gell? Hat er gerade ein Messer geworfen? Stimmt. Das waren ja diese Zweitchefs von Diablo, gell? Okay, da muss ich ein bisschen schneller agieren. So, du ziehst dich zurück. Und jetzt kommen die hier nämlich. Hallo? Oder hier? Äh. Oder? Oder? So, geht doch. Ach so. Ist ja auch so ein Problem. Das ist ja zu viel Chaos los, immer wenn ich das auch mache. Na gut, nochmal. Mr. Leone, kommst du. So. Und, hört ihr das? Ja. Ah, verdammt. Angekommen. Ich muss eigentlich sogar doppelt arbeiten. Warte. Klappt ja, wir haben schlechen. Das war einfach. Okay. Zack, zack, zack. Äh, liegt ihr schon? Nein. Ich will nicht, dass ihr entdeckt werdet. Jetzt du. Eigentlich nur für den Krach muss ich sorgen, mehr nicht. Effektiv ist ja, keine Gegner töten. Ja, bin ich gut. So, komm schon höher. Kommt her, kommt her, kommt her. Oh, ich kriege ich alle weg. Ich weiß gar nicht, ob die Schlange noch da ist. Danke. So macht man den Map-Leer. Und die nennen den El Diabolo. Ein Meisterschuss. Und noch einer. Sehr schön. Und schon ist die Karte halb bereinigt. Und die Schlange ist noch da. Sehr schön. Denen geht es mittlerweile auch gut. Der sieht doch schön aus, oder nicht? Achso, den habe ich ja fast vergessen. Der ist ja nur betäubt. Mein Gott, was für ein Täubchen. Den muss ich auch noch wegkriegen. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist, den aufwachen zu lassen. Vielleicht kann ich ihn noch mal benutzen. Mal sehen, was er machen wird. Schöne animierte Flagge. Ich weiß gar nicht, woher wieder die Gegner kamen. Ich frage mich, wie viele Gegner in den Häusern drin sind vor allem. Bestimmt nicht wenige. Bestimmt nicht wenige. Gut, Kate kann nichts machen. Da muss ich nicht dran denken. Und die ist in Sicherheit. So. Dann bist du halt auch weg. Schade eigentlich. Aber na gut. Das ist eine gute Position hier mit diesen Häusern. Mit der Leiter habe ich sogar eine Garantie zu gewinnen. Ohne die Leiter. Gut, dürften halt nicht mehr als drei rein. Aber sonst auch gut. Das kann ich ja mal abspeichern. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wer ist hier der, der und der? Ja, weiß ich nicht wohin. Stell sie mal da ab. Vielleicht bringt das was. Mr. Leone, zeig mal, was du kannst. Na, also geht doch. Oh, das tat weh. Doch. Nicht so. Na komm schon. Du fügst dich mir auch noch. Perfekte Taktik. Ja, kommt doch auch noch. Na, bin ich gut? Alter, wie viele hier auf dem Haupfeln liegen, gell? Und das war der von oben, gell? Sehr gut. Ich sag ja, das läuft. Das läuft sowas von. Das ist das perfekte Haus hier. Da kriegt mich keiner. So, äh, speichern bitte. Läuft. Weiter geht's. So, dann haben wir das hier nämlich geschafft. Jetzt muss ich ein bisschen denken. Er kann ja nicht kommen. Er bringt mir hier nix. Ja, doch, er kann mit den Steinen killen zumindest. Wie weit kann er sehen? Okay, nur ganz kurz. Ah, ungefähr hier irgendwo. Ich muss ein bisschen näher ran. Dann kann ich auch ihn erledigen. Okay, das war nicht geplant. Ich finde, dass diese Pfütze so viel Krach macht. Ich wollte eigentlich auch das Ding haben. Mein Stein. Mein Stein ist komplett weg? Nö, akzeptiere ich nicht. Akzeptiere ich nicht. Angekommen. Kann ich mich nicht anders erledigen. Doktor Claro. Hat jemand einen Plan? Das sieht er mich ja nicht. Geht das hier? Ja, jetzt ist er nicht ins Wasser gefallen. Sehr schön. Holz der Geier. Super, super. Da kommst du her. Hier noch ein bisschen was hinlegen. Damit ich bloß hierher komme. So, dich. Na, dich lasse ich noch. Vielleicht brauche ich Mr. Leone gleich noch. So, du kommst weg. Speicher natürlich. Und jetzt habe ich schon mal ordentliche, freie Bahn. Geht es ja nirgends wo rein? Oh, schade. Also zumindest nicht irgendwo hin. Okay, hier komme ich hoch. Also hier komme ich schon sehr, sehr nah an Kate ran. Das ist ja ein gutes Zeichen. Guck mal, da ist noch einer von diesen Messernwerfern. Die könnten gefährlich sein. Der Teil der Karte ist schon bereinigt. Und das ging ja auch sehr schnell jetzt. Sehr professionell. Ich kann fast schon die miteinander kombinieren. So, hier ist noch einer. Dreht er sich ab und zu? Ansonsten kann ich an ihm vorbei. Hier ist noch ein Messerwerfer. Okay, der dreht sich aktuell nicht. Er ist schwierig mit ihm vorbei. Das ist nicht einfach. Ist nicht einfach. So, Affe einsetzen. Mal sehen, ob ich noch ein paar locken kann. Da läuft mich doch der Affe. Wohin läufst du? Nicht mal ansatzweise in der Gegend läuft er. Oder? Doch, ich denke, wir kommen, oder? Ich weiß, es ist nicht alles, was er macht. Okay, es ist aber schwierig. Konfuzius ist mit dir. Es ist schwierig. Sonst reagiert keiner drauf. Hm. So soll es sein. Na gut, komm her. Ich denke, es ist leichter, wenn ich erst hier rumgehe. Da sieht mich keiner, gell? Ist jemand drin? Hier ist frei. Und hier? Drei. Okay, die kann ich erledigen. Hört das jemand? Ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Zack, zack. Das lief also. Das muss ich halt hier... Das sind zu viele. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Die kommen natürlich wieder nicht rein. Alter, sind das viele. Alter. Ja. Ja. Kommt her, kommt her, kommt her. Bin ich gut? Ich kriege euch alle. Oh, das sind vielleicht ein bisschen zu viele. Ich habe, denke ich, gar nicht so viel Schuss, oder? Ich kann nicht mal so viel Schnell schießen. Oh. Das war knapp. Das waren echt viele diesmal. Aber dadurch, dass hier die Leichen sehen sind, ist er praktisch. Genau. Deswegen kommen hier alle angerannt. Ich sage, das hau... Mist. Mist. Das ist halt der Nachteil, wenn die alles patrouillieren. Hombre. Aber ich kann die Idee weitern. Ich kann die Idee weitern. So. Genau. Du lässt den hier. Dann können die sich hier weiter umsehen, nämlich. Der muss ja auch nicht da hinten sein. Kann ja auch ein bisschen nach vorne sein. Ich kann sie da mit den Schüssen herlocken. So. Das sollte dann passen. Geil. Dadurch kann ich sie schneller dahin locken, sodass sie nicht irgendwo hinrennen. Dann sind die zwar nämlich auch sicher. So. Bring ihn wieder da rein. Angekommen. Pauler Sack. Hoch mit dir. Toll. Los, hoch mit dir. Jungs, kommt doch irgendjemand mal zu mir. Ja gut, die haben das bemerkt. Aber die haben nicht den großen Alarm ausgelöst, den ich erhofft habe. So, kommt her. Sehr schön. Okay, ihr macht nicht besonders viel. So. Aber ihr seht jetzt den da, gell? Das ist mir jetzt fast alle. Ich versuche mal ein Auge auf die anderen zu haben. Die in Gefahr sind. Die sind schon schnell, diese Messerwerfer. Okay, hier läuft es. Aber es bewegen sich auch viele zu John und Doc rüber. Ah, bin ich gut? Wer dich vor Blute? Ah, bin ich gut? Ich kenne den Meisterschuss. Nein! Die Schlange hilft mir natürlich, aber trotzdem. Ist es nicht einfach. So. Dann geh nochmal rein. Es lief ganz gut. Wo kann das denn sein? Was war das denn? Weiß jemand, was das sollte gerade? Da sind doch noch ein 3 drin. Ja. Ist er doch fertig. Okay, die bewegen sich wieder viel. Sehr gut. Kommt alle ins Gebäude. Sehr gut. Na, kommt schon. Nicht alle aufwachen jetzt. Was macht der denn da? Warum liegst du hier? Nicht alle aufwachen. Das ist halt ein kleiner Nachteil. Er kriegt sie nur um ohnmächtig. Nicht mehr. So. Ja, bin ich gut? Mal nachladen, solange ich kann. Hey, cool. Die sind nochmal da reingerannt. Okay, das war's. Jetzt sind zu viele da rein. Eindeutig. Ich weiß. Berton ist cigartig.